Hallo und herzlich willkommen hier beim Disco Simulator. Wir sind vorne in der Partystimmung und wir starten das Spiel. Wir machen neue Spiele. Das ist eine Demo. Demo. Bei Steam kann man das erholen. Wir, weiß ich nicht, wir klicken uns irgendwo hin. Manager wählen. Ja, wir nehmen Greg. Am besten. Ist ja egal. Was machen wir denn hier? Wir können wählen. Welche Disco nehmen wir denn hier? Das sieht ein bisschen scheiße aus. Das sieht besser aus. Aber Los Palmos. Klingt besser. Sieht besser nach Stadt aus. So, wir sind drin und es ist einfach nicht viel da. Es hat ein bisschen so einen Touch wie Dings. Disco starten. Ich glaube, wir müssen sie erst mal einrichten. Würde ich mal sagen. Da steht Clubanforderungen. Loungemöbel kaufen. Wo ist denn der Eingang? Das müsste der Eingang sein. Ich würde gerne... Ach, so ist das. Okay, man kommt hier rein. Drehen ist jetzt auch eine Frage. Wie drehen wir hier? Rechte Maustasse nicht. Mittlere Maustasse auch nicht. Drehen wäre nett. Aber wir haben ja hier noch andere. Machen wir hier so. Aber ich würde es gerne drehen. Jetzt muss ich schnell zurück. Weil... Ich muss hinter Options gucken. Äh... Oh, ihr seid ja lustig hier, ne? Ihr seid ja lustig. Tastenkombination hätte ich gerne. Gib mir die Tasten. Was ist denn? Ähm... Äh, ist nicht nett, ne? Wie drehe ich denn jetzt so ein Ding hier? Also ich würde schon gerne drehen. Aber ich... Wie dreht man? Kannst du mir das sagen hier? Also hier mit der Maus nicht tasten. Meistens sind es Tasten. Wir drücken einfach mal. Aha. Wir haben es gefunden. X. Mit X können wir drehen. So. Also wir haben hier den Eingang, glaube ich. Hier. Wir haben nur... Man sieht nichts, ne? Die Kamera ist ein bisschen scheiße. Man sieht einfach nichts. Also. Man kommt da oben rein. Und dann brauchen wir hier etwas... So eine Lounge. Hier. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben... Geld. Geld. Ein bisschen Geld. Wir können ja auch... Was günstigeres nehmen. X drücken wieder. Ja. Gut. Ähm. Dann machen wir das. Wir haben jetzt hier eins. Wir brauchen nur Tische wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht so gut. Wir machen hier hinten noch. So. Das war jetzt wahrscheinlich nicht gerade ideal. So. Wir haben das jetzt. Äh. Ich meine, für eine Disco brauche ich auch ein Tischchen, ne? So ein kleines Tischchen. Ähm. Der ist so hoch, oder? Ist das jetzt hier so ein... Weißt du? Die Leute wollen ja auch hier... Was Kleines hier machen. So. Also, wir brauchen Toiletten. Ja. Dann gehen wir zu den Toiletten. Wo sind denn die Toiletten hier? Hm. Dekoration. Toiletten. Wir haben Toiletten. Oh. Ähm. Ja. Toiletten am Ausgang wahrscheinlich, ne? Ähm. Ja, hier ist rot und hier ist... Wieso denn? Warum kann man den nicht ganz nach außen setzen? Das ist aber blöd. Weil ich wollte hier... Das ist aber scheiße. Ich wollte den ganz... Hier zurück. Das ist nicht nett, ne? Ja, gut. Ist das jetzt für Menschen, Weibchen und Männchen? Oder? Wenn ich jetzt den hier hinsetze, ist er das nicht an der Wand, oder? Ah, doch. Okay, wir haben da hinten das Klo. Das haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir eine Tanzfläche. Eine Dancefläche. Was brauchen wir denn da? Ja, das sieht jetzt da... Das sieht scheiße aus. Das sieht auch kacke aus. Äh, was ist denn das eigentlich hier? Na, okay. So, wir brauchen eine Dancefläche. Eine Dancefläche. Ähm. Ja. Vielleicht. Na, hier beim Klo ist scheiße, ne? Hier vielleicht, ne? Wir machen... Oh. So. Hier ist der Dancefloor. Oh. So, haben wir jetzt genug, äh, Tanzfläche? Äh, Türsteher einstellen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Hier wahrscheinlich manns. Äh, Basis... Angestellter. Türsteher. Oh. Ähm. Wir sind alle ein bisschen teuer, ne? Wir nehmen mal den hier. Der sieht... Ne, der sieht böse aus. Der ist gut. Wir haben einen Türsteher. Haben wir. Ein Barkeeper. Wir brauchen... Wir haben ja nicht mehr eine Bar. Wieso soll ich... Soll ich einen Barkeeper einstellen, wenn wir nicht mehr eine Bar haben? Ja, da braucht man schon was Gutes. Hier so ausgeflipptes. Oder so, hier, ne? Habe ich doch gesagt, wir brauchen, äh, eine Bar. Bevor wir den Barkeeper einstellen. Ähm. Hier. Wir brauchen doch eine Bar. DJ-Pult brauchen wir doch auch noch. Weil ohne DJ geht doch gar nichts. Hm. Hier vielleicht, ne? Äh, warte mal. Den muss man doch so drehen hier. So ist besser. So, jetzt haben wir wenigstens einen DJ-Eye. Das ist malen. Einen DJ. So, jetzt brauchen wir... Äh, äh, äh. Das sind da Boxen. Natürlich. Wieviel Watt haben die denn? Äh. Aha, hier. Ach so. Da sind doch schon Boxen. Aber hier brauchen wir Boxen. Das geht ja sonst nicht, ne? Wir müssen ja schon richtig bumsen hier, oder? Hier. Da muss überall müssen Boxen sein. Weil er muss krachen. Ja. So, jetzt hat er ja gesagt, wir brauchen einen Barkeeper. Aber wir brauchen doch aber... Das ist das kleine Tisch. Das ist nur DJ. Hm. Wo sind denn... Tanzfläche, Lautsprecher, Bühne? Ähm. Plakate, ja. Was ist das für ein Scheiß? Das muss er hier schon... So. Das sieht aber scheiße aus, ne? Äh. Aber ich such gerade... Wir haben ja hier die hier. Und dann noch mal ein bisschen Pflänzchen. Weil wir was in der Pflanzen haben. Wir sind doch hier nicht beim Kindergarten. Hier im Eck vielleicht ein Pflänzchen hier, ne? Das soll ja auch hier... Freude machen. Und hier ganz wichtig, beim Klo. Weil, wenn es mal stinkt, dann absorbiert die Pflanze den Geruch, ne? Jetzt würde ich mal gerne hier gucken. Das sind Upgrades. Das ist ein Zeitplan. Zeitplan. Ausrüstung, ja. Bauen. Ah, jetzt hier beim Bauen. Jetzt müssen wir ne geile Bar haben. Ich will ne geile Bar. Nicht so... Ja. Ja. Hier ist... Muss ne Bar hin. Das passt ja. Hier ist scheiße. Aber hier... Hier ist... Verarsch mich nicht. Ach komm jetzt. Wir haben 600. Wir können nur günstige Bar kaufen. Verdammt. Ja, dann kaufen wir halt hier ne billige Bar hier. Oh Gott. Das sieht ja aus. Das sieht ja aus. Das muss in die Mitte hier so. So, jetzt haben wir wenigstens hier. Jetzt brauchen wir einen Bar-Käber. Einen Bar-Käber. Den hier, ne? So, wir können die, ähm, Disco starten. Ups, ups, ups. So, wir haben ja nicht mal gemalt, ja? Wir haben ja auch kein Geld, ne? So, die Ersten kommen schon. Nicht. Doch. Lass sie rein. Wie soll es eigentlich kein Sound im Spiel? Also, ich höre gar nichts. Meine Musik ist nur das einzige, ist Musik, aber sonst... Das habe ich jetzt, äh, ausweilen wegen, äh, ne? Äh, Dings. Benutze meine Musik, kann man auch machen. Aber ansonsten gibt es hier, ähm, Effekte, sowas gibt es nicht, ne? Kann ich denn gleich denken? Was machst du denn? Wie tanzt du denn? Wir haben nicht mal einen DJ. Also, ohne DJ, das ist ja hier Beleidigung. Wieso ist das aktiviert hier, rot? Also, das ist ja schon eine Beleidigung hier für Disco, ne? Das ist hier, äh, kann man Lieder, Lieder ändern. So, aber wir gucken, Geld müsste ja jetzt reinkommen, oder? Oder müssen wir warten? Hier kommen die Leute rein. Ah, hier warten sie schön, ne? Das ist ja gut. Die warten richtig schön. Wir haben hier Dashboard-Veranstaltungen, so, ne? Aber wir haben kein DJ. Musikplayer? Äh, Zusammenfassung der Kundenstatistik. Ja, ich hätte ja gerne einen DJ gehabt, ne? Okay, das sieht hier, die Statistik sieht gut aus. Äh, die Leute kommen richtig rein. Ein Pisklo haben wir auch. Ein Bauer, ein Putz haben wir auch keine, ne? Man muss doch hier das Zeug putzen. Also, das ist gut. Nur sieht die Disco ein bisschen hier so low aus, ne? Aber ich finde es schade, dass hier nicht mal ein... Also, Dings-Tennis. Na ja, da müssen wir doch irgendeine Leute hören, oder sowas. Was hat der denn für ein Problem? Ja, dann MC. DJ MC. Ja, gut. Club-Anforderungen, ne? Ja, das Geld ist immer noch gleich. Äh, 5, 6, 7... Ähm... Oh. Achso. Wir können die Zeit so schneller machen? Das ist gut, aber wann müssen wir dann... Äh... Mini-Spiel-Anzeigen? Äh... Lassen wir das. Äh... So. Ähm... WC, das Clou ist total... Ne? Jo. Aber die Clou müsste ja eigentlich jetzt dann... Können wir denn die Laden auch wieder zumachen, oder? Können wir nicht zumachen? Ich würde ja gerne was kaufen noch. Achso. Clou, weiß ich. Ähm... Das ist unser Geld. Der geht gut. Das ist, äh... Hier Ausstattung, ne? Und das ist hier... Was? Reputation. Äh, was? Reputation. Reputa, Reputa. Aber wir haben jetzt schon, ähm... 2150, schon mal, ne? Das Geld kommt rein, aber... Zum Menü gehen. Nein. Ich würde ja gerne die Disco schließen, aber da... Vier Uhr früh ist immer noch, ne? Man muss wahrscheinlich länger warten. Bis da, ähm... Irgendwas kommt. Hier ist Müll überall. Aber wann... Wann schließt denn die Disco hier? Kann ich das nicht selber beurteilen? Weil... Wo war jetzt schon? Ah, jetzt? So, Disco... Ah, jetzt kann ich bauen. Gut. Also, ich würde ja gerne... Scheiße. Reinigungskraft kann ich immer noch nicht einstellen. Aber wie soll ich denn aufräumen? Also, wir brauchen ja... Was ist das jetzt? Hinzufügen. Ey, was kann ich hinzufügen? Ähm. Oh. Scheiße. Was kann ich denn da hinzufügen? Ja gut, ich will aber was anderes machen. Wir brauchen nämlich hier noch ein... ...ein kleines Toilettchen. Oh, scheiße. Das war die Toilette. Die Toilette. Oh, verdammt. Dann machen wir hier drüben halt die Toilette. Wir brauchen ja eine zweite. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld. Was wir brauchen ist wahrscheinlich noch ein bisschen... Ähm... Hier kann man auch warten... ...hinzufügen. Kann ich jetzt das mit X nicht drehen. Das ist jetzt aber doof. Achso. Äh, das ist aber nicht so nett hier. Denn dann kann die hier halt warten halt, ne? Hier können wir überall warten. Was ist? Minus löschen wieder, ne? Ja, okay. Die können da warten. Das ist gut. Ähm... Wir brauchen... ...ein paar Tische noch, ne? Wir brauchen unbedingt Tische. Schöne Tische. Wir sollten hier das eigentlich... Boah. Hm. Hier so oder so? Nein, man soll ja was sehen. Auf der Tanzfläche. Dann machen wir hier auch so. Ich muss mal schnell Tische gucken. Was haben wir denn für alte Tische gehabt? Günstige Tische. Natürlich. Wir haben ja die Lounge. Haben wir die gehabt? So. Die müssen ja hier hin, würde ich gerne. Die müssen gerne hier hin, aber die wollen nicht. Wieso nicht? Aber kein Geld mehr, ne? Scheiße. Das ist aber nicht nett. So. Wir haben jetzt ein Klo. Klo können wir auch warten sagen, ne? Sagen warten. Achso. So ist das gedacht. Warte mal. Mach mal weg. Escape. Hier so. Äh. Ne. Hier oben klicken. Plus. Dann ist hier die Schlange, wo sie warten können. So. Jetzt haben wir's. Ähm. Hier warten. Hier. Bewegen. Verkaufen. Bewegen ist gut. Aber ich will eigentlich hier den... ...einen DJ haben. Das gibt nur, äh... Bodyguards und Reinigungskräfte. Barkeeper. Da kann man nur einen einstellen. Ja. Wir haben kein Geld. Wir können jetzt nichts machen, ne? Also wir starten noch mal. Und dann gucken wir noch. Weil... Ich will das jetzt wissen, ob das jetzt besser ist. Ich meine, wenn wir jetzt hier schon ein bisschen... Ja, der Sound ist halt scheiße, ne? Wenn jetzt ein Sound... Also jetzt... Äh... Nicht Musik sein, meine ich, sondern hier auch... ...Leute-Geräusche, äh... ...oder sowas. Äh... So halt Disco-Stimmung. Ist aber gar nichts da. Ähm... Ich mach mal so. Ne. Ist wirklich nichts da. Also Sound, das müsste da sein. Was ist mit dir los? Ähm... Also irgendwie sowas... Ist ja schon cool. Ähm... Wenn man... Äh... Was aufbauen kann. Weil Disco ist immer cool, aber... Ähm... Ja, ich weiss nicht... Irgendwie... Fehlt mir was. Also eben halt... Du musst Putzkraft haben. Da muss ein DJ wenigstens... Der, der da oben ist. Oder... Ja. Weisst du? Da muss ein DJ oben sein. Der ist da ne... Muss ich da klicken? Ich hab doch keine Ahnung. Manuel lösen. Was ist mit dem Manuel? Ah, ich muss draufbleiben. Ah, so geht das. Also, ich muss hier draufbleiben. Muss ich selber putzen. Gut, wenn das geht. Dann ist gut. Weil sonst ist es ja nicht gut. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Oh. Wir haben es geschafft. Die Nacht haben wir durchgebracht. Wir haben... Jetzt aber... Wir wollten noch hier ein... Das ging eigentlich, ne? Noch eine Bar wäre vielleicht nicht schlecht, gell? Da war ja ziemlich viel los. Eine Bar. Wo haben wir denn die Bar jetzt gehabt? Verdammt. Wo ist denn die Bar gehabt? Hier. Wir haben Geld. Tausend. Ich würde gerne... Warte mal. Wir können ja den verschieben, oder? Bewegen. Genau. Bewegen. Wir bewegen dich. Du kannst hier stehen bleiben. Dann machen wir hier noch ein paar... Ihr könnt ja warten. Hier, so. Also, wir machen noch eine Bar. Aber eine geile Bar. Oh. X-Rücken. Die wäre ja bei mir eigentlich das Gewiesene. Wir machen die Bar so, dass die noch laufen können. Escape. Dann muss ich hier oben noch ein paar Tritte hinmachen. Wo sie hier stehen können. Muss ich hier eigentlich keine Stühle hinmachen, oder so. Wände gibt es ja auch hier. Guckt mal. Es gibt ja sogar Wände. Hm. Kosten die was? 25. Wie soll ich denn die Wände ziehen hier? So, ne? Jetzt brauchen wir hier eine Tür. Warte mal. Wir haben eine Tür noch. Äh. Naja. Eine Tür ist eine Tür, ne? Was willst du denn jetzt? Eine Tür ist eine Tür, oder? Och, nö. Ey, du kannst ja nix machen. Was heißt da? Kein Geld? Spielst du? Wir haben 1800 Kohle. Mach mich nicht krank, Junge. Wir haben. Ach, so ist das. Aha. Du musst jetzt die Wände ziehen. Und dann kannst du hier. Dumme Sau. Ich hab doch gesagt, ich will eine Wand haben hier. So. Also, Wand gesetzt. Die Tür nehmen. Eine günstige Tür. Und dann setzen wir die hier hin. Und dann könnt ihr dann nachher pissen gehen. So, ne? Ein bisschen abgedeckt. Jetzt haben wir ja hier die Farben. Farben kann man nicht, ne? Büden. Ah, okay. Ist das jetzt malend oder so? Das sieht aber scheiße aus, ne? Das sieht ja richtig kacke aus. Kann ich dann das jetzt hier? Oh, ich kann wenigstens ziehen. Das ist schon mal gut. So, jetzt kann man wenigstens ein bisschen hier machen. Ähm. Hier ist braun. Das ist gut. Ist das alles hier an Zeugs? Hier. Ah, ja. Bescheuert hier. So. Dann müssen wir hier auch noch ein bisschen dünner machen, ne? Ich will das jetzt hier in der Disco... Hör doch mal auf mit deinem kein... Wir haben kein Geld. Verdammte Scheiße. Ja gut. Auf an Neues. Hier, Leute. Lasst es krachen. Los, rein damit. Ich würde gerne die Kamera nach unten drehen. Weißt du? So Ego-Perspektive mäßig. Aber ich finde da keinen... Den kann ich dann einen verfolgen. Ich kann wenigstens das machen. Wird schnell betrunken. Ja, da kann ich ja jetzt auch nichts. Da kann ich ja jetzt auch nichts. Rausch. Da ist der Rausch. Und man kann nichts machen, gell? Kundenberater. Schon wieder der? Sehen alle gleich aus? Ne. Aber machen kann man nichts, ne? Es sind auch viele, die betrunken werden. Aber man kann am Abend nicht eingreifen, ne? Das ist hier wieder... Machen Sie wieder... Da ist wieder hier einer. Ähm. Manuell lösen vielleicht. Jetzt kommt er doch rein. Ich hab das eigentlich nicht so... Was ist denn mit dem los eigentlich? Warum kommt er mit Kopfhörer rein? Alter, der geht aber ab. Boah, ey, 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 ey. Aber hier hinten... Ah, nein. Schon wieder manuell lösen. Schlafender Kunde. Das geht doch nicht. So, hier hinten auch wieder. Auch wieder hier so klicken, ne? Also manuell lösen. Der manuell muss gelöst werden. Da hinten läuft's automatisch. Und die Leute kommen rein. Geld gibt's wieder ein bisschen, ne? Übrigens kann man mich auch unterstützen mit... Beim Livestream mit Spenden. Das geht, glaub ich, auch ohne Livestream. Einfach beim Livestream unten den Link klicken. Dann kann man mich so unterstützen. Es ist vorbei. Es ist vorbei, du. Ähm, putzen müssen wir nicht. Das ist ja alles gut. Können wir nochmal gucken. Bei den Leuten. Können wir dann jetzt was machen? Ne, immer noch nicht, ne? Aber wir waren beim Malen. Beim Schönmalen. Ich weiß den Boden nicht mehr. Das war der ja hier. So. Wir wollen das ja schön malen hier, ne? Wände. Kann man dann die Wände auch mühlen? Wände. Wände. Nein. Dekoration. Dach da. Wir wollen... Wir wollen was Cooles. Das ist geil, ne? Das ist geil. Ja, das muss richtig cool sein. Hier so. Dann diese Seite hier. Wo die Leute sind. Machen wir auch so. Das muss hier auch. Das können wir auch malen. Dann ist hier aber was anderes. Weil. Passt besser. So. Schon wieder kein Geld? Alter, Junge. Wir können ja nicht alles... Mein Gott. So. Was können wir denn jetzt eigentlich? Gar nichts mehr. Wir haben hier kein Geld mehr. Lassen wir doch mal krachen. Oder machen wir Schluss? Ich glaube, wir haben es gesehen, ne? Ich mache noch ein bisschen weiter. Das macht ein bisschen süchtig. Ich will wissen, was noch hier geht. Ich mache noch weiter. Ansonsten können wir das auch... Beim... Livestream noch mal zocken. Und mal mit, ne? Kannst du sagen... Hey, komm. Probier mal. Mach mal so. Und mach, ne? Können wir alles machen. Also. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bye, bye. Tschüss. Vielen Dank.